Jetzt nimmt er auf, ja? Siehst du? Jetzt kannst du jeden aufnehmen, so. Stopp, schaffst du nicht. Den Ampel zu mir geben, schmeiß ich einfach rüber. Ich zähle dir Mercedes-Dinan, du zählst wen? Das orange, der Auge nehme ich. Blau, BMW, Renault, du, sie. Orange. Und Rot, sie. 40 Runden. Bereit alle? 40. Alle eingeschaltet, Autos? Ja. Du weißt, Empfang, wenn hier nicht da ist, oder du kommst so drüber. Mach einfach so, schau. Weil die sind ein bisschen länger. Ich versuche, die in die Mitte zu halten, schau hier. Okay? Alle bereit? Ja. Zuschauen. Boah, ich bin so ding. Die Räder nicht aufheben. Nee. Ach, ich gewinne. Vier. Fünf. Was haben sie doch, wenn ich? Hier. Die sind fünf. Ja. Jetzt mal das neue. Ja. Ja. Das ist der Liege. Sech. Nein, nein. Ha! Sieben. Ha! Acht. 9 10 Jetzt riecht noch hier raus. Können Sie die Räder noch? 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 Du hast 16 Wir sagen euch 12 12 12 18 Aufpassen, 18 hast du 14 19 15 20 20 Ah 16 21 21 15 Aufpassen auf Akku sage ich nochmal 22 23 Der perfekte Junge 19 20 20 20 25 25 Dominik 20 26 22 Ja Dominik sehr gut, 23 27 24 27 28 Bei dir geworden 29 29 30 29 30 31 31 Nein 28 Nein Doch 32 30 30 30 Dominik 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 Ja, du musst halt, wofür gibt es Boxstopp, ja? Geh doch rein und lad auf. Hey, lad doch auf. 37, 38, 39, 39, Dominik, fertig, bravo, bravo, Sieger. Super, das sind schon beteiligt für sich, ja? Scheiße, Alter. Oh, Leute. Ich hätte das gedacht, der Dominik sitzt da draußen und macht auf. Keiner auf, Mensch, auch jetzt. Der zieht durch die Knie. Und weißt du, was er jetzt zu mir sagt? Mach Pause, sagt er in den letzten drei Monaten. Was für Pause? Ach so, ihr müsst ja am ersten Rennen, ja? Mit Pornakart. Ja, hab ich gesehen, Lerker. Also, super. Check, check. Was für, ich nehme ein Video auf, danach hole ich alle Fotos raus aus dem Video. So, stopp nochmal. Machos.